Ja, meine Damen und Herren, es hat 30 Orchester gebraucht und jetzt wird die Bühne doch noch zu klein. Wir begrüßen sehr herzlich den Musikverein Sigurds Kirchen hier bei uns in Ravenwerth. Ja, und versuch einen Riesenklankörper kommt man auch nicht mit einem Dirigenten aus, da bedarf es zwei musikalische Leiter. Und wir dürfen ganz besonders begrüßen als musikalische Leiterin beim zweiten Stück die Michaela Heider und zuvor der Gerhard Brummer. Der Musikverein Sigurds Kirchen musiziert heute in der Stufe C und wir hören als Pflichtstück Adventura von Helmut Kohhert und als Selbstwahlstück Hollywood von Herbert Marenkovic. Es wird zuerst das Selbstwahlstück Hollywood gespielt. Zuvor gibt es noch ein kurzes Einspielstück und wir wünschen euch gutes Gelingen und viel Erfolg. Musik 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 Vielen Dank. 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 Amen. 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 Begrüßen Sie. Das Gründungsjahr des Musikvereins ist 1987 und er umpasst im Moment ca. 63 Musikerinnen und Musiker. Ja, und im nächsten Jahr darf der Musikverein Sigurdskirchen Ausrichter vom Kammermusikwettbewerb und auch vom Bezirksmusikfest mit Marschmusikwertung sein. Und da freuen wir uns schon alle sehr darauf, wenn wir dann zu Gast in Sigurdskirchen sein hören. Wenn die Jury soweit ist, kommen wir nun zur letzten Bewertung des heutigen Tages. Wir bewerten wieder in der Reihenfolge, wie die Stücke gespielt worden sind. Das heißt zuerst das Selbstbeispiel Hollywood von Herbert Marikowitsch. Stimmung und Intonation 8,5, 8,5 und 9 Punkte. Ton und Langqualität 9,5, 9,5 und 9,5 Punkte. Frasierung und Artikulation 9,9 und 9,5 Punkte. Spieltechnische Ausführung 9,9 und nochmals 9 Punkte. Blütenkuss und Zusammenspiel 8,5, 8,5 und 9 Punkte. Tempo und Artik 9,9,5 und 9,5 Punkte. Dynamische Differenzierung 9,9 und 10 Punkte. Planausgleich und Register Balance 9,5, 9,5 und 10 Punkte. Interpretation und Stilempfinden 9,5 und 9,5 und 10 Punkte. Und der musikalische Gesamteindruck 3x 9,5 Punkte. Wir kommen zur Bewertung des Lichtstückes Adventura von Helmut Koger. Stimmung und Intonation 9, 8,5 und 9 Punkte. Ton und Klangqualität 9,5, 9,5 und 9 Punkte. Frasierung und Artikulation 9,5 3x. Spieltechnische Ausführung 10, 9,5 und 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 3x9 Punkte. Tempo und Agogik 10, 10 und 9,5 Punkte. Dynamische Differenzierung 3x9,5 Punkte. Klangausgleich und Register Balance 9,5, 9,5 und 10 Punkte. Interpretation und Stilempfinden 3x10. Und schließlich der musikalische Gesamteindruck 10, 9,5 und 9,5 Punkte. Das ergibt 93,67 Punkte. Begratuliere und Begratuliere. Applaus Vielen Dank.